Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kräuterquark mit Karotten und Paprikawürfel. Eine universelle Soße, Dip oder Beilage. Hier mal mit etwas Pepp aufgemuntert. Kräuterquark mit Karotten und Paprikawürfel. Für zwei bis sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm Quark, 150 Gramm Joghurt, Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft, 3 bis 4 Esslöffel frische gehackte Kräuter, zum Beispiel Schnittlauch, Petersilie oder Kresse, alternativ tiefgekühlt, geraspelte Möhre, gewürfelte Paprika, nach Belieben geröstete Sonnenblumenkerne. Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel, Schneebesen, Zubereitung, Alle Zutaten vermischen und abschmecken. Besonders lecker als Beilage zu Pellkartoffeln, Barget, Zierbutter, Pide, Bauernbrot auf Sauerteigbasis, Weißbrot oder Toastbrot. Füllung zu Wraps Diese Varianten gibt es. Andere Gewürze verwenden. Weitere leckere Rezepte rund um herzhafte Quarkspeisen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!